Im westlichen Waldviertel liegt unsere Gemeinde Bad Groß-Bertholz. Für manche vielleicht noch unbekannt, doch bei uns gibt es viel zu erleben. Unser Gemeindegebiet bietet insgesamt 127 Kilometer beschilderte Wanderwege. Einige davon sind Themenwege. Auch für Radfahrer und Mountainbiker gibt es genügend Angebote. Wenn man einen Kurzurlaub bei uns machen möchte, gibt es einiges zu sehen. Die Alpakas im Sonnseitenhof. Ein unvergessliches Erlebnis. Die Papiermühle Mörzinger. Hier kann man selber sein eigenes Blatt Büttenpapier schöpfen. Echte Handarbeit. Sehr interessant zu probieren. Der Naturbark Nordwald Erlebnisraum. Für klein und groß. Mit Märchen Zauberwald, Aussichtsturm und Kräutergarten. Die Natur mit allen Sinnen erleben, sehen und spüren. Und Bademöglichkeit gibt es im Stierhübelteich. Das ist Eintauchen in die Frische und Klarheit des Waldviertels. Im Winter kann man bei uns Rodeln, Skifahren, Schlittenfahren, Langlaufen, aber auch Schneeschuhwandern, Eisstockschießen und Eislaufen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei uns in Bad Gross-Bertholz.